Moin ihr Schlawiner, wir geben in die nächste Runde 10.000 FIFA Point Pack Openings. Diesmal hat uns EA richtig mit Packlack gesegnet. Es gab RTTK Picks und es gab nen Inform Spieler. War richtig geil, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei, wir gehen direkt rein ins Video. Viel Spaß. Wir haben abkassiert. Oh nein, RTTK Tradable. Nice, geil. Leg mich am Zückerli, leg mich am Zückerli, schick. Okay, schick ist geil. Schick, der ist schick. Schick ist geil. Schick, bester Mann. Du kannst mir diese Promo-Karten nicht aufmachen, Promo-Packs. Alter, tradable, schick, lego, mio. Der kostet schon 4K. Alter. Nice, das ist echt geil. Naja. Aua. Hey, ist so geil, ne Dings-Kart. 20K. Special-Kart. 10K. Hat er 20K geboren? Ja, aber du musst mindestens 20K draufkennen. Ach, aua. Das ist eine Lüge. Okay, das ist ja komplett aus... Nein, nein, ja, geht. Ist okay. Nice. Mbappé, Klaus. Und die? Mendy? Mendy. Mendy. Wow, so ein geiles Produkt. Schon mal ne geile Karte. Die, wer gibt der 40? Ey, warum verkaufst du die, Alter, der Dings gehabt? Da war noch ein 80er dabei. MMM, lecker. MMM. 100. Ja, 100.000, gern mal, gern geschehen. Kein Problem, Rechnung kommt. Also, wenn jetzt nochmal in den zwei Packs auch ne geile Karte kommt, dann machen wir die anderen vier auch noch auf. Ja, laden wir ihn an. Nein, da ist richtig geil. Laden wir ihn an. Oh Gott, Kulasch hier. Okay, die ist nicht richtig geil. Ja, wenn es 8.000 gibt, ist okay. Jetzt komm, gönn was geiles. Wir sind schon bei 8.000. Lampen? Lampen. Oh Gott, komm mal. Oh nein, okay, Kugel. Zwei mal 85. Zwei mal 85, ja. Geil, ja, scheiß. Ja, okay. Mendy war trotzdem geil. Geile Packs. Hat man nicht gesehen, lol. Lampen, Feuerwehr, kein Feuerwehr. Oh nice. Oh cool, Thiago. Der könnte auch was geben. Der sollte was geben. Nice, Thiago. Oh Gott, 3500. Wow, aber. Hä, man, die Spieler haben so ne komische Preis, 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 Wainst. Der liegt ja daran, dass er im Case und auf die man spielt. Nein, ich mein Preis, Wainst, wo du in dem, ist der Bereich, wo du die anbieten kannst. Okay, okay, Vazquez. Wer, Team of the Week? Nice. Oh my God. Gold, wer ist denn das? Den ganzen Tag, aber gibt ihm einen 10k. Auf den jemanden. Ziemlich, dass den keiner kaufen will. Letches Pack für mich? Oh nein. No Starlight Express. Will ich ja rein. Komm direkt ins Team. Hier. Ah, so, Chat. Spielerwechsel. Ivorra. Ah, leer. Coole Kader, aber der ist ja übelst lahm. Wenn ich richtig gespielt bin, ist er glaube ich nicht so lahm. Hoffe ich jetzt einfach mal an. Ich glaube nicht, dass er so lahm ist. Die Lampen gehen an. Scheiße, kein Feuerwerk. Bonucci. Kialini, schade. Ja gut, das wird doch 20.000 oder so geben, oder? Oh, nice. Brauchen wir schon. Oh man. Wie viel gibt der sofort verkauft? 1.000. Oh, scheiß drauf. Okay, das war ein gutes Pack. Es gab ordentlich Münzen. Da waren jetzt geile Sachen drin. Aber jetzt können wir ruhig auch mal ein geiler Todd-B-Spieler bekommen. Nice, Lampen. Okay, Finne. Okay. Radecki. Radecki. Schade, Finne. Das ist Finne und Nolle. Keine Ahnung. Radecki, schau mal was er gibt. Er gibt nix. Ciao, Kakao. Warte. Ah, meine Augen. Der ist richtig gut. Die Karte ist spielbar. Mach ihn weg. Er spielt mal lieber noch ein Dings. Schlechte Brose-Karte statt Dande. Aufgrund. Eine gute Brose-Karte statt Dande. Wobei, der hat ja schon ganz gute gehabt. Der, wer hatte. Wir haben unser Glück echt herausgefordert. Ah, ja, ja. Ist doch gar nicht so bad. Aber der gibt es echt auch. Naja, der gibt nix. Gibt nix. Fünf Packs noch. Go next. You're up to weak. Nice. Ich habe noch einen Aldo. Schade. Nice. Ah, lass schon auch. Cancelo. Geil. Nein, den machen wir rein. Kappaglaus. Wir spielen mal in die. 89er hat er. Okay, geil. Das ist bis jetzt die beste Karte, die wir hatten. Der ist bestimmt was wert. Ja, ich bin gespannt. Der ist jetzt die beste Karte, die wir sitzen da. Jetzt kommen wir auch noch, was das ist. Support verkaufen. Die Leute, es gab aber übliche Spielspiele. Oh Gott, 4K. Naja. 170.000. Hey, geiles Ding. Oh, man, ich hätte gern gespielt. Ich finde, ich finde, ja, egal. Ich bin gar nicht. Genau, ich hatte auch ein Tanzvermacht, Mann. Zehn Packs haben wir noch. War das für ein Pack? Keine Ahnung. Schlechter Voraus. Oh, jo. FP9. Android, oder? Hau weg. Hau weg den Bums, wo spielt Traxler und dann Benfica. Ja. Irgendwann ist ja geil. Benfica ist nicht der Türkei. Ah, sorry. Ja, mein hier. Okay. Au, jo. Den kennen wir noch schon. Den Pappelheimer. Wehen Bums. Oh, nee. Fick, ha? Oh, das ist schon wieder schick. Wir waren aber Android, oder? Ja. Oh, können wir mal Sachen bekommen, die wir in den Verein machen können? Gut, Motos haben wir bekommen, fairerweise, muss man sagen. Der kann raus, oder? Wobei, kann ich nicht machen. Ja, der war. Ah, sorry. Ja, mein hier. Versch Android, aber... Den wir mal. AT? Oh, boah. Mmh, lecker. Ich suche, na was? Ein halbes tut dem Spieler. Lampen? Feuerwerk? Ja. Feuerwerk? Ja. Ja. Das ist ja auch ein Fehler. Nein, sogar tradable war das. Geiler durch. Wenn die Kamera von links nach rechts geht, ist es 86 plus. Moin, Logi. Von links nach rechts, wenn die nochmal. Den haben wir jetzt schon. Die Kamera von links nach rechts geht, okay. Wir checken nämlich gar nichts. Oh, die Nummer schon. Nice. 11. 11. 100k. Geil. 100k einfach gesnackt. Gut, wir haben das heute auch schon... Heute haben wir echt... Heute war geil. Heute haben wir jetzt echt geiles Sagen gezogen. Noch einmal gönnen. Jeko. Abwart. Okay, jetzt sind wir jetzt halt noch ein paar Rewards, klar. Deswegen waren das jetzt so geile Sachen. Nice. Warte, von links nach rechts, ne. 11. Mach jetzt. Oh, Moosalat. Moosalat. Geil. Guter Mann. Geil. Guter Mann. Das ist mal eine geile Karte. Nice. Nice. Das gibt der. Und noch die Maria. Geil. Geiles Pack. Wo man das her. Gib mir mehr davon. Was ist möglich? Er hat 300k gequotet vor kurzem. 200k. Ah. Den haben wir für... Ah. Wir haben den für 316k gekauft. Für 316k gekauft gehabt. Und für 280 wieder verkauft. Werden haben wir jetzt gezogen? Salah. War auch kein Zelo und von den Kollegen Schick. Aber alle tradable. Männer richtig geil. Das war das beste Pack-Up, was wir jetzt bisher gemacht haben. Wir haben Cancelo-Inform gezogen. Moosalat zweimal Mandy. Und RTTK Schick war's. Knapper Wert momentan sind 600k oder 700k Coins. Da werden wir jetzt, denke ich mal, demnächst 3 Millionen Coins knacken. Und das dann ein Icon oder Captain holen. Mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall für eine geile Karte reichen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch ordentlich eingecasht habt diese Woche in den Packs, dann lasst uns gerne mal ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Geiler Dorsch. Tschüss.